Hallo und herzlich willkommen zum vierten Video zur naiven Mengenlehre. Heute betrachten wir den Satz zur doppelten Inklusion und den Beweis dazu. Was besagt das Prinzip der doppelten Inklusion? Das sieht in Formelschreibweise so aus und das heißt, dass zwei Mengen A und B genau dann gleich sind, wenn A eine Teilmenge von B ist und B auch eine Teilmenge von A ist. Und diese Aussage werden wir in vier Schritten beweisen. Dabei werden wir benutzen, dass sich die Äquivalenz durch zwei Implikationen zeigen lässt. Gucken wir uns die vier Beweisschritte an. Als erstes werden wir zeigen, dass aus A gleich B folgt, dass A eine Teilmenge von B ist. Der zweite Schritt ist, dass aus A gleich B folgt, dass B eine Teilmenge von A ist. Im dritten Schritt werden wir zeigen, dass A eine Teilmenge von B und B eine Teilmenge von A impliziert, dass A gleich B ist. Und im vierten Schritt werden wir die ganzen Aussagen zusammenbauen und die Aussage beweisen. Fangen wir an mit dem ersten und dem zweiten Schritt und gucken uns dafür den ersten Schritt an. Das A gleich B impliziert A ist eine Teilmenge von B. Was haben wir? Wir haben A gleich B gegeben. Das bedeutet, dass A und B genau die gleichen Elemente enthalten. Somit ist es so, wenn X in A ist, dann ist auch X in B. Aber jedes Mal, wenn ein X aus A gewählt wird und das auch in B drin ist, dann ist B eine Obermenge von A. Weil B ja alle Elemente enthält, die auch in A drin sind. Somit ist diese Implikation gezeigt. Der zweite Schritt basiert darauf, dass wenn A gleich B gilt, automatisch auch B gleich A gilt. Und somit kann man den ersten Schritt erneut verwenden. B und A quasi vertauschen. Also an die Stelle, wo A steht, B schreiben und an die Stelle, wo B steht, A schreiben. Und dann folgt direkt, B ist eine Teilmenge von A. Diese beiden Schritte waren die einfache Richtung. Die etwas schwierigere Richtung ist der dritte Schritt. Und zwar, wenn wir A ist eine Teilmenge von B und B ist eine Teilmenge von A gegeben haben und zeigen wollen, dass A gleich B gilt. Also nehmen wir an, A ist eine Teilmenge von B und B ist eine Teilmenge von A. Das gilt. Und jetzt wollen wir einen Widerspruchsbeweis machen. Dafür nehmen wir einfach mal an, dass die umgekehrte Aussage gilt. Also A ist ungleich B. Damit das aber erfüllt wird, muss entweder ein X in A existieren, sodass dieses Element nicht in B ist, dieses X, oder es gibt ein Element in B, das nicht in A enthalten ist. Wenn es solche Elemente nicht geben würde, dann wären die beiden Mengen ja gleich. Das ist ja, was die beiden Mengen von der Gleichheit her unterscheidet. Es gibt ein Element in einer Menge, das in der anderen nicht enthalten ist. Und im Fall 1 ist es so, wenn es ein Element in A gibt, das nicht in B ist, naja, dann ist A keine Teilmenge von B. Das widerspricht dem Ganzen also. Das kann also nicht sein. Aber im zweiten Fall widerspricht es, dass B eine Teilmenge von A ist. Wir haben ja gesagt, es gilt, A ist eine Teilmenge von B und B ist eine Teilmenge von A. Aber in beiden Fällen gibt es ein X in der einen Menge, das in der anderen nicht enthalten ist. Somit kann B keine Obermenge von A sein und A auch keine Obermenge von B. Da wir in beiden Fällen einen Widerspruch gefunden haben, kann die Annahme A ungleich B nicht stimmen und aus dem Grund muss A gleich B gelten. Gucken wir uns nun im vierten abschließenden Schritt an, was für Aussagen wir jetzt haben und wie wir die zusammenbauen können. Unsere erste Aussage war, aus A gleich B folgt A Teilmenge von B. Außerdem haben wir gezeigt, aus A gleich B folgt B ist eine Teilmenge von A. Wenn wir die beiden also zusammenführen, dann haben wir A ist gleich B, impliziert A ist eine Teilmenge von B und B ist eine Teilmenge von A, weil wir beides aus A gleich B gefolgert haben. Außerdem haben wir in der dritten Aussage gezeigt, dass A eine Teilmenge von B und B eine Teilmenge von A auch impliziert, dass A gleich B ist. Und daraus folgt jetzt die Aussage, die wir eigentlich zeigen wollten, indem wir das Prinzip der doppelten Implikation verwenden, die wir bereits in einem anderen Video gezeigt haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet oder ein Like da lasst, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat und ihr disliket, schreibt mir bitte Verbesserungsvorschläge in die Kommentare und dann viel Spaß mit weiteren Videos und bis zum nächsten Video. Tschüss!